Wunderschönen guten Tag liebe Leute, der Haki hier. Das ist ein kleines extra Video außerhalb vom Quatschkalender, da ich es irgendwie nicht mit in die nächste Folge packen will. Und zwar möchte ich mich bei euch, meinen mittlerweile über 100 Abonnenten, bedanken. Am 5. Juni habe ich die 100 geknackt und darüber freue ich mich wirklich riesig. Das ist im Vergleich zu den ganzen berühmteren YouTuber natürlich nicht so eine ganz krass große Zahl, aber ich schätze es wirklich sehr, dass ich in den knapp zwei Monaten hier so viele Leute für meine Videos begeistern konnte. Danke auch an dieser Stelle an Dalian bzw. EgoTactics, der mich in seinem letzten Video so nett erwähnt hat und seine EgoArmy von mir und meinem Kanal erzählt hat. Dadurch habe ich wirklich viele neue Zuschauer bekommen. Es ist einfach Hammer für euch Videos zu produzieren, vor allem wenn ich so cooles Feedback bekomme. Auf meinem aktuellen Video habe ich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier 239 Aufrufe, 42 Likes und über 30 Kommentare von euch. Das motiviert mich richtig krass und ich merke, dass ich das hier richtig mache. Es gibt jetzt kein tolles 100 Abospecial oder Gewinnspiel oder sowas, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass ich nach so kurzer Zeit schon so viele Abonnenten habe. Aber es wird bestimmt in Zukunft irgendwas Specialmäßiges auf euch zukommen. Worauf hättet ihr denn so Bock? Das war es auch schon für dieses Video und ich mache mich jetzt in die nächste Folge Quatschkalender für morgen. Ich hoffe, ihr genießt die Sonne und lasst es euch gut gehen. Haut da rein, euer Haki.